Liebe Fahrgäste, wir waren für Sie. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor Fahrtantritt, ob Ihre Strecke betroffen ist. Die Strecke betroffen ist, dass Sie die Strecke betroffen sind, dass Sie die Strecke betroffen sind. Die Strecke betroffen ist, dass Sie die Strecke betroffen sind. Die Strecke betroffen ist, dass Sie die Strecke betroffen sind. Die Strecke betroffen sind, dass Sie die Strecke betroffen sind. Untertitelung des ZDF, 2020